Was ist die Finanzkrise? In der wir leben, in einer ganz kritischen Sicht und die folgenden Überlegungen möchten aufzeigen, wie man von der Empörung über das, was heute ist, nach Essen eben zum Angerschlag kommen kann. Ich möchte Ihnen zeigen, wie die heutige Situation auch zeithistorisch eingeschätzt werden kann, eine historische Ausbestimmung der Gegenwart. Und ich möchte daraus dann auch die Chancen für politische Änderungen ausloten. Meine beruflichen Erfahrungen sind so, dass ich also 35 Jahre lang an der Schnittstelle von Politik und Gesellschaft, aber auch an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis in Bundesberg gestanden habe. Und von dort Ihnen vielleicht ein paar Hinweise geben kann man auch für das praktische politische Vorgehen, das hier ja auch diskutiert werden soll. Ich möchte zuerst einige Erkenntnisse aus der Finanzkrise, aus einer neuen Situation berichten. Wir sind in einer Situation, in der eigentlich eine Revolution des Geldsystems nötig und vielleicht auch leichter machbar wäre. Aber ich werde Ihnen dann auch die spezielle Situation der Schweiz darstellen. Ein Land, das seit 160 Jahren absolut stabil geblieben ist, verbrechen mit anderen Ländern Europas eine absolute Ausnahme. Und ein Land auch, das Revolutionen eher verunmöglicht, wahrscheinlich auch Sorgen des Geldsystems. Drittens, aber möchte ich doch einige politisch-taktische Überlegungen anstellen für diejenigen, die sich trotzdem nicht davon abhalten lassen, das Notwendige jetzt zu tun. Zuerst zur Finanzkrise und den durch sie ermöglichten Einsichten auf unsere Wirtschaftsgesellschaft. Erst mit der Finanz- und Schuldenkrise zeigt der Finanzmarktkapitalismus sein wahres Gesicht. Es ist die Fratze einer ungerechten, die Freiheit beschränkenden und lebensfeindlichen Gesellschaft. Der Ausstieg der Finanzmärkte war immer schon krisengeschüttelt. Und es gibt dann auch ein grosses Erstaunen über diese Krisen, vor allem bei den Ökonomen. Die bürgerlichen Ökonomen, die sind erstaunt, dass es immer wieder Krisen gibt. Und die marxistischen Ökonomen sind erstaunt, dass man aus diesen Krisen wieder rauskommen kann. Aber erstaunt sind wir irgendwie alle. Und ich bin der Überzeugung, dass es für uns wichtig ist, zu sehen, dass diese Krisen, die vielleicht in den 80er und 90er Jahren noch vor allem an der Peripherie des Weltsystems stattgefunden haben, in Asien, Lateinamerika, immer mehr eigentlich auch ins Zentrum vorröpig sind, immer stärker davon betroffen. Und sie sind auch immer gefährlicher für uns, diese Krisen. Das Muster ist immer dasselbe. Riesige Beträge werden nicht in die Realwirtschaft investiert, sondern kurzfristig und kurzsichtig über Fonds, Investmentbanken, Hedgefonds, Private Equity Fonds, in Finanz- und Spekulationsgeschäfte geleitet, die den Geldwert von Währungen, von Aktien, von Immobilien, von Rohstoffen oder Staatsanleihen manipulieren. Es bilden sich riesige Basen, die irgendwann plötzlich platzen und zu grossen Ungerechtigkeiten führen und zu Krisen auch in der Realwirtschaft führen. Die Ökonomen, die Politiker, nicht alle, Herr Schenet, Sie sind ausgekommen, ich werde dann noch dazu sprechen kommen, die Ökonomen, die Politiker und die Öffentlichkeit, die starren wie gebannt auf die Krisenausbrüche und auf den Krisenverlauf. Dabei liegen die eigentlich relevanten Fragen in der Blasenbildung. Wer die Krisen verstehen und ihre verheerenden Folgen bekämpfen will, muss diese Blasenbildung begreifen. Das Aussergewöhnliche, für das wir Erklärungen finden sollten, ist also nicht die Finanzmarktkrise und wie sie so abläuft, sondern ihre markante Vorgeschichte der Bundel, der Banken und Finanzintermediäre von traditionellen Dienstleistern zu erfolgreichen und alles beherrschenden Geldmaschinen. Die Ursache der Krise, ihr Auslöser und ihr Verlauf sind verweisweise einfach zu verstehen, wenn wir begreifen, warum und wie die ausserordentlichen Gewinne in der Finanzindustrie überhaupt ermöglicht wurden. Nicht der Absturz 2008 oder jetzt wieder 2010 mit dem Euro und nach Frau Zaki 2013 mit dem Dollar, aber nicht der Absturz ist das historisch sehr schwierig zu erklärende Phänomen, sondern der rasante Aufstieg der modernen Finanzwirtschaft auf so schwindelerregende Höhen. Ich habe versucht, in meinem Buch, das übrigens draußen aufregt, das ich darf Propaganda machen, hat es geheissen, genau diese historische Sicht reinzubringen, wie ist eigentlich der Finanzmarkt Schweiz, wie hat er sich entwickelt, dass überhaupt so etwas möglich wurde, was wir dann 2008 erlebt haben, was eben auch heute noch nicht fertig ist. Nun, beim Aufstieg des Finanzmarktkapitalismus stellt sich für den Zeithistoriker methodisch eine ähnliche Frage wie beim Aufstieg des Faschismus. Die historisch relevante Frage beim Nationalsozialismus ist ja nicht, wie sich Hitler und seine Gefolgsleute an der Macht halten und einen totalen Krieg führen konnten, sondern warum es für Politkriminelle überhaupt möglich war, in einem 60-Millionen-Erfolg beinahe legal an die Macht zu gelangen. Man wird der Ernst auch fragen, wie es möglich war, dass eine kleine Finanz-Oligarchie die politische und kulturelle Hegemonie erringen und ganze Gesellschaften ideologisch beherrschen konnte, selbst dann noch als dramatische Finanzkrisen ihre Behauptungen Lügen gestraft hatten und niemand mehr sagen konnte, er hätte von der Gefährlichkeit der Finanzgeschäfte nichts gewusst. Wollen wir wirklich warten, bis künftige Historiker sich diesen Fragen widmen? Oder müssen wir nicht selber solch kritische Fragen stellen, auch und gerade auch gegenüber Bankern, Politikern und Ökonomen, die manchmal so tun, als würden die Finanzkrisen auf einem anderen Planeten stattfinden. Herr Huber hat gestern sehr schön aufgezeigt, wie die ganze Geschichte eigentlich entstanden ist und sich entwickelt hat. Er hat gezeigt, dass etwas seit den 80er Jahren, vielleicht muss man in gewissen Dingen sogar in die 70er Jahre zurückgehen, also Ende der Blecken-Butz-Systeme und so weiter, aber seit den 80er Jahren kann man das zeigen, wie das Bruttoinlandprodukt zwar ansteigt, aber lange nicht so stark wie das Finanzkapital, dass es auch etwas zu tun hat mit Ungleichgewichten, dass hier eben das Arbeitseinkommen zurückbleibt, gegenüber dem Kapitaleinkommen und das Zweite, was er für mich sehr wichtig jetzt gezeigt hat, ist, dass auch die heutige Schuldenkrise im Prinzip nur eine Fortsetzung dieser Bankenkrise von 2008 ist und wir werden wahrscheinlich noch längere Zeit solche Krisen erleben, weil sie sind nur verschiedene Ausdrucksformen einer Krise des Finanzmarktkapitalismus. Das eigentlich Skandalöse an dieser ganzen Geschichte ist nicht die Gier der Banker. Die können nicht anders, oder? Aber das eigentlich Skandalöse ist der Umstand, dass man sie ihre riskanten Geschäfte fast unwidersprochen machen lässt. Dass die meisten Ökonomen die spekulativen Gewinne beklatschen, gehört zu den Peinlichkeiten einer Wissenschaft, die mit beinahe religiöser Inzupust das Heil des quantitativen Wachstums predigt. Ich habe gestern in der NZZ einen schönen Titel gelesen, der heisst Konfuzius und Königstedt, da der Untertitel Die chinesischen Intellektuellen sind ins politische System eingebunden. Kritisches Bewusstsein entwickeln sie kaum. Ist mir denn jetzt hingekommen, wann schreibt die NZZ mal einen Artikel? Die schweizerischen Intellektuellen sind ins ökonomische System eingebunden. Kritisches Bewusstsein entwickeln sie kaum. Gut, bei den Chinesen fällt einem das auf. Im eigenen Kulturenbereich fällt einem das, dann geht das weniger auf. Und mindestens der Elite. In der Basis hat man eigentlich schon sehr früh einen unmittelbaren Entwickelten. gegen diese ins Kraut schiessenden Löhne und Boni, die Ungerechtigkeiten, dass man den Leuten versprochen hat, Kapitalschutz und nach Riemenpreis hat man trotzdem das Bein gedruckte. Eigentlich ist richtig gewesen. Aber die Elite hat auf dieses Unbehalten und auf diese Kritik sehr unsanft reagiert. Die NZZ hat da öfters auch von Neidökonomie gesprochen. Also für mich ist das nicht unbedingt Neid, sondern das ist ein gesundes Volksempfinden, was man hier gespürt hat. Das Verrückte war ja, dass diese auch verschobenen Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht als Ausdruck einer kranken Gesellschaft oder einer kranken Wirtschaft aufgefasst worden sind, sondern dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich ein Erfolg. Und Avenir Suisse hat ja sogar ein Buch herausgegeben, wo es heisst, dass wir heute keine Gerechtigkeit mehr haben. Das ist ein Zeichen, dass unsere Gesellschaft wirklich am Wachsen ist und wirtschaftlich gut dasteht. Das muss so sein, diese Ungleichheiten. Wenn die nicht da wären, hätten wir gar kein Wachstum. Hohe Profitraten, selbst im zweistelligen Bereich, denen haftete nichts fragwürdiges oder gar unanständiges an. Das hat man als normal einfach hingenommen. Etwas Zweites ist wichtig. Durch die Finanzkrise haben wir jetzt gesehen, das ist der Zusammenhang mit der Marktwirtschaft. Die Moment, ja. Ich glaube, die Finanzkrise hat eindeutig gezeigt, dass Märkte nicht alles regeln und vor allem nicht alles alleine und gut regeln können. Herr Schlesner wird uns dann vielleicht sagen, dass Finanzmärkte auch etwas spezielle Märkte sind, die nicht gleich reagieren wie normale. Märkte sind ja sehr stark Erwartungshaltungen, Erwartung von Erwartungen. Aber trotzdem, was wir eigentlich gelernt haben müssen jetzt nach 2008, ist, dass Märkte eben nicht so gute Problemlöser sind, wie das die Neoliberalen immer behauptet hatten. Es führt sehr oft zu Härtentrieb, prozyklischem Verhalten und die Instrumente, die der Finanzmarkt entwickelt hat, haben das noch unterstützt. Ich müsste jetzt sehr viel über diese Instrumente sagen, aber wir haben einen Spezialisten für Finanzmarktinstrumente bei uns, den ich also an dieser Stelle auch ein Grenzchen finden möchte. Es ist ganz selten, Herr Professor Schlesner, dass Banking-Professoren so kritisch und deutlich über den Finanzmarkt sprechen, wie sie das machen und ich bin ihnen dafür sehr dankbar, dass sie hier auch den Finger auf den dünnen Punkt legen, kann aber das jetzt in meinem Referat etwas auf die Seite rücken und mir scheint aber wichtig, dass man einsieht, dass, oder eins sehen müssen, dass Märkte nicht nur geniale Allokationsmechanismen sind, sondern dass es hier eben auch sehr viele Schwierigkeiten gibt. Interessant ist für mich die Phase 1950 bis etwa 1970, 1975. Das ist eigentlich, wenn man zurückschaut, die Zeit, wo wir den fairesten Kapitalismus hatten, wo alle Schichten auch wirklich profitieren konnten, wo die Einkommensentwicklungen nicht auseinander gingen, sondern eher sich anhärten. Und wenn man das genau anschaut, dann sind dort eben nicht nur Märkte am Werk, sondern es ist eigentlich ein 3M, also nicht von der Migros, sondern Marktmacht und Moral spielen zusammen. Also der Markt, dann wird politisch und durch den Staat werden Vorgaben gegeben und Sanktionsmittel zur Verfügung gestellt, wenn man sie nicht daran hält. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, es braucht auch eine Art persönliche Einstellung, Haltung gegenüber einem Marktsystem, dass man das Licht ausnützen will, nur im eigenen egoistischen Interesse. Also Freedness Ausdruck, der Business of Business is Business, hätte man in der neokorporatistischen Phase 50, 60 Milliarden nicht gebraucht, sondern da sah man, dass es neben dem Markt und neben dem persönlichen Fortkommen auch noch andere Werte gibt. Ich glaube, aus dem, was jetzt 2008 geschehen ist, sollten wir zwei Einsichten mitnehmen. Das eine ist dort, wo wir künftig Kapitalismus zulassen. Und das kann durchaus sein, denn es ist ein motivierendes System und es ist auch ein faszinierendes System. Aber dort, wo wir das zulassen, müssen wir eine leerte Diskussion führen. Wir müssen daraus Ziele erarbeiten. Wir müssen Rahmenbedingungen setzen und auch diese Rahmenbedingungen schauen, ob die eingehalten werden. Und das Zweite ist, wir müssen schauen, dass dieser Kapitalismus nicht in Bereichen noch eine grössere Landnahme vollstreckt, als das bisher schon der Fall war. Wir haben heute Wachstumsbereiche, etwa in der Care-Ökonomie, im Bildungswesen, also in allen sozialen, nahen Bereichen, die ganze Frage, wie wird eigentlich Arbeitskraft aufbereitet und regeneriert. Und wenn wir hier den Kapitalismus reinlassen, der ja darauf basiert, dass er Arbeitskraft rationalisiert, Arbeitszeit rationalisiert, machen wir genau das Falsche. Weil das sind Bereiche, wo es auf die menschliche Zuwendung und auf die Zeit, die eben die Leute in diesen Bereichen ihren Patienten und Klienten zuwenden können, wo das eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, das ist für die Zukunft noch wichtiger, als den Kapitalismus sofort abzuschaffen, das wird sowieso schwierig sein, dass wir ihn einschränken und nicht in Bereiche vorlassen, wo er nichts zu suchen hat. Eine dritte Erkenntnis aus der Krise ist für mich, dass die Fragen zum Geld und zum Geldsystem in den Mittelpunkt gerückt sind. Das ist richtig so, denn dorthin gehören sie auch. Ich hoffe, dass die Krise uns etwas alphabetisiert in Bezug auf die Fragen des Geldes und auch da hoffe ich, dass das insbesondere die bürgerlichen, aber auch die marxistischen Ökonomen vielleicht etwas besser begreifen als bisher. Es ist ja auffallend, wie viele linke Ökonomen eigentlich Hühnerhaut kriegen, wenn irgendwas mit dem Geldsystem diskutiert werden sollte. Wir sind so fixiert auf die Produktionsseite und auf die Arbeitszeit als wichtigste menschliche Arbeit, als wichtigste Element auf der Produktionsseite, dass sie ausblenden, dass wir heute existenzielle Probleme auch auf der Konsumseite haben oder eben bei der Reproduktion der Arbeitskraft. Und wenn ich dann so auch den Altvater des Neonarxismus, der zufälligerweise auch Altvater heisst, wenn ich dann den lese und der versucht mir zu beweisen, im Werk von Silvio Wiesel hätte es gewisse rassistische Sprüche, und das zeige das Geselle ein Vorwürfer seines Faschismus, dann muss ich sagen, das ist nur noch peinlich. Ich könnte auch ein paar Sozialisten aufzählen, die da zu Faschisten geworden sind. Beigesehen ist ja das nicht einmal mehr möglich gewesen, weil er für früher gestorben ist. Aber es zeigt Ihnen ein bisschen, dass diese Frage Geld-Geldsystem sehr schwierig zu diskutieren ist bei bürgerlichen Ökonomen, aber auch bei linken und kritischen Ökonomen. Und ich denke, dass hier die Frage, ob denn Geld immer nur Mittel sei zur Fixierung irgendeines Betrages oder auch zur Aufbewahrung eines Wertes oder ob Geld nicht selber ein Wert werden kann und zum Ziel werden kann, zum Zweck werden kann, diese Frage müssen wir stellen. Die hat Georg Simmel schon im Jahr 1900 gestellt, in seiner Philosophie des Geldes, hat man wieder vergessen. Er hat damals sehr schön gezeigt, wie faszinierend das Geld eigentlich ist in der Gesellschaft. Wenn er zurückschaue auf das 19. Jahrhundert, dann sehe er, dass die Geldwirtschaft eigentlich zur Befreiung der Menschheit von Feudalismus und so weiter beigetragen hat. Wenn er aber nach vorne schaue, dann hätte er Angst, weil dieses Geld so potent ist, dass wir bald einmal die Gefangenen dieses Geldes würden. Und was wir 2008 erlebt haben, ist genau diese Geschichte. Ich sehe, dass ich etwas abkürzen muss, möchte zum zweiten Punkt noch Folgendes sagen. Die Schweiz ist nicht etwa ein Sonderfall, was den Finanzmarktkapitalismus betrifft, sondern sie ist eine Musterschülerin und eine Treiberin des Finanzmarktkapitalismus. Wir sind von der Globalisierung her gesehen eines der meist globalisierten Länder in der Welt, also was die Exportquote betrifft, aber vor allem auch, was die Investitionen im Ausland betrifft, vor allem aber auch, was den neuen Leitsektor in den Finanzplatz betrifft. Da sind wir nicht nur im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt, hat bei uns der Finanzsektor ein ganz grosses Gewicht. Er ist auch ganz stark mit dem Ausland verknüpft. Und, was man immer wieder vergisst, er ist hochkonzentriert. In unserem Land haben die zwei grössten Banken kurz vor der Krise 2007 eine Bilanz gehabt, die achtmal grösser war als das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Heute ist es noch fünf oder sechsmal grösser als das Bruttoinlandprodukt, die zwei grössten Banken. Wenn Sie als Vergleich Amerika nehmen, dann haben alle Banken zusammen, alle Banken zusammen, eine Bilanz, die gleich gross ist als das Bruttoinlandprodukt Amerikas. Also Sie sehen ein bisschen die Gewichtung, oder, die hier in der Schweiz eine Riesenrolle spielt. Und das hat sich dann auch ausgewirkt auf die letzten Jahre und Jahrzehnte. ist aber auch eine Sache der Geschichte der Schweiz. Wenn Sie jetzt rückschauen, dann ist die Schweiz zwar für sich abgeschlossen, kleinräumig und auch kleinpariert, aber das grosse Geld hat die kleine Schweiz immer im Ausland verdient. Sei das mit Passhandel, sei das mit Reislaufen, sei das später mit Handel etc. und heute mit dem Bankensystem. Also wir sind da sehr schizophren. Auf der einen Seite sind wir völlig, wie soll ich sagen, als ein selbstreferentielles System, mindestens kulturell, meinen wir das. Und auf der anderen Seite sind wir sehr verbunden mit dem Ausland und beziehen hier auch die grössten Einnahmen. Was typisch ist für die Schweiz, das vergisst man immer wieder, wenn die Politologen kommen, sagten sie, ja die Schweiz ist da, liberaler Arbeitsmarkt und zweiteres ein liberales System von Neokorporatismus und zweiter. Stimmt nicht? Wir hatten den Liberalismus gar nie richtig gehabt. Bei uns haben immer die Wirtschaftsinteressen, die aktuellen grossen Wirtschaftsinteressen eine riesen Rolle gespielt. Es gab nie eine starke Linke in der Schweiz und es gab auch die, einen starken Staat oder starken Zentralstaaten in der Schweiz. Es gibt keinen anderen europäischen Staat, in dem seit 1945 die Linke nicht irgendwann mal die Mehrheit im Parlament oder in der Regierung hatte. Du die Schweiz? Ja, vielleicht auch Monaco und Lechtenstein. Aber das ist ganz Wahnsinn und da denkt man zu wenig dran. Das hängt damit zusammen, dass bei uns die bürgerliche Wirtschaftsrechte dermassen stark ist und eine Selbstorganisation pflegt, die den Staat zum grossen Teil auch ersetzt hat. Wenn man etwas zurückgeht in den 19. Jahrhundert, die ganze Zollpolitik und so, die da getrieben worden ist, wer die eigentliche Arbeit gemacht hat, das waren die Sekretariate der Verbände. Der Bundesland hat sich eine grosse Verwaltung erspart, indem man einfach mit dem damaligen Vorort, das ist die heutige Economie Suisse, zusammengearbeitet hat. Die haben eigentlich auch die Verträge gemacht mit den Wirtschaftsverträgen etc. und da ist sehr vieles geblieben. Man nennt das heute Catcher, also eigentlich eine Gefangennahme der Organisationen oder der Institutionen des Staates durch private wirtschaftliche Interessen. Es zeigt sich dann auch in der schiefen Einkommens- und Vermögenssituation Ich gebe zu, wir haben das auf einem relativ hohen Niveau, aber die Schweiz hat eine schiefe Vermögensverteilung, die nur noch in Namibia und in Singapur übertroffen wird. Die Zahlen stammen von der CES, nicht von mir. Und das ist doch eigentlich interessant. Das politische System, wir haben zwar sehr viel Gewicht in der Politik, aber das politische System hat keine grosse, und der Finanzplatz hat davon auch profitiert. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie wir über die Krisen der Gasso-Affäre in 1987 hinweggekommen sind, wie die Bankeninitiative, bei der ich seinerzeit auch die mitgemacht habe, und wo ich hätte schwören können, von der Stimmung in der Bevölkerung, da gewinnen wir, wie die absolviert worden ist 1984. Ich habe das von Nahem auch gesehen, wie das im politischen System dann ablief. Und wenn Sie dann sehen, wie die Bankenaufsicht organisiert war, nach dem grossen Zusammenschluss der Fusionen in den 1990er Jahren, 1998 hatten wir ja nur noch zwei Großbanken, Anfang der 90er Jahre waren noch fünf Großbanken in dieser Bankenstelle. In der 90er Jahre hat es diesen Konzentrationsprozess gegeben und 1998 hat dann die damalige Bankenkommission, das ist die heutige Firma, gesagt, ja wir müssen diese Grossbanken speziell behandeln. Und man hat eine Abteilung Grossbanken geschaffen, die wird heute geführt von einem ehemaligen Direktor der einen Grossbank, gut. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben den beiden Grossbanken weniger starke Vorschriften gemacht in Bezug auf die Eigenmittel, als das alle anderen Banken hatten. Obwohl man das Gegenteil eigentlich hätte tun sollen, diese Banken sind ja international sehr riskant unterwegs, müssten höhere Eigenmittel haben, das hat man jetzt eingesehen bei der Too Big to Fail-Geschichte, aber damals hat man die geschoben. Man hat 2004 der UBS erlaubt, ein neues Risikomodell anzuwenden, das dazu geführt hat, dass die UBS von allen Weltbanken mit dem kleinsten Eigenmittelanteil von 1,8 Prozent in die Krise gerasselt ist. Alle amerikanischen Banken hatten mehr Eigenmittel als die Schweiz. Jetzt sagen wir, ja wir haben das Problem gelöst, Too Big to Fail, dass die Schweiz geht da voran. Wissen Sie, wie viel Eigenmittel die UBS heute hat? Das ist ja vor kurzem publiziert worden. Drei Prozent. Also drei Prozent der ganzen Aktiven sind Eigenmittel. Und wir wissen, dass die Bankenwelt die Krise der frühen 90er Jahre, also eine Immobilienkrise, nicht bestanden hätte mit nur drei Prozent Eigenmittel. Das wäre ja alles zusammengetraut. Und jetzt wissen wir, dass es gefährlicher ist als damals. Und wir geben uns schon zufrieden mit drei Prozent Eigenmittel. Wir getrauen uns nicht, ein Trennbankensystem einzufügen. Wir getrauen uns nicht, in die Geschäftspolitik der Grossbanken einzugreifen etc. Ich muss noch ganz kurz zum dritten Punkt etwas sagen. Volksinitiative. Wir haben eine wahnsinnige Hochachtung vor der direkten Demokratie. Und ich muss sagen, ich finde vieles auch gut dran. Aber wenn man mal ganz genau schaut, was eigentlich die Funktion der direkten Demokratie war in der Geschichte der Schweiz, so hat sie praktisch keine gestaltende Funktion, sondern nur legitimierte Funktion. Also es ist ganz selten, dass auch Initiativen zum Beispiel gegen die Meinung der Elite durchkommen. Eine war zum Beispiel die Alpenschutz-Initiative. Sie wissen, wie es der ergangen ist. Man hat dann einfach mit der EG Verträge geschlossen und hat sie unterlaufen. Und wir wissen auch, wie es mit der Ausschaffungs-Initiative ging. Gut, da kann man ja noch ein Auge zudrücken. Aber bei der Zweitwohnung-Initiative sehen wir das jetzt wieder. Also wenn mal eine Initiative durchkommt, die der Elite nicht passt, dann wird sie nicht ausgeführt. Und das Referendum hat eine unheimlich konservatische Wirkung. Vor allem auch auf das politische System. Ich kann mich gut erinnern, 1976 war das, da gab es einen Ida-Kredit um 200 Millionen. Der ist praktisch ohne Gegenstimme durchgekommen im Ständerat und im Nationalrat. Und dann kam es ein Referendum von rechts aussen Schwarzenbach und von links aussen der Rudi Strahm mit der Erklärung von Bern. Die beiden haben Stimmen an Unterschriften gesammelt. Es gab eine Volksabstimmung. Es gingen nur wenige Leute hin, aber die, die hingingen, hatten eingeschrieben. Und da ist also gegen eine kleine Bevölkerungsanteil ist praktisch die Mehrheit des Parlaments ist hier desauriert worden. Und ich habe das gespürt und gemerkt in den politischen Gremien in Bern, wie das Angst gemacht hat. Und das Entscheidende im Referendum ist nicht, dass das Referendum ergriffen wird und dass irgendetwas anderes rauskommt. Sondern, dass man alle fünf Minuten sagt, wenn ihr das nicht so tut, ergreifend das Referendum. Das ist eigentlich auch die konservative Wirkung der Volksrechte bei uns. Und ich muss jetzt da einiges überspringen, aber ich will Ihnen nur sagen, wenn Sie die Initiative machen, wo die Probleme der Geldschöpfung geregelt werden sollen, so bin ich nicht ganz sicher, ob die Leute das wirklich auch verstehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, anhand einer solchen Initiative Bewusstsein zu schaffen über Geld und Geldsysteme. Aber es ist doch eigentlich eine technische Geschichte oder ich sage besser, eine Geschichte, wo es viel technisches Wissen braucht, um sie beurteilen zu können. Und von daher bin ich eher der Meinung, wir müssten breiter werden und wenn wir schon eine Initiative machen, vielleicht sogar ein Bündel von Initiativen oder von Bostössen, dann müssten wir die ganze Finanzmarktgeschichte auch versuchen zu regeln. Sehr vieles lässt sich hier nicht über die Geldlänge steuern, sondern eben gerade was auch die Instrumente auf dem Finanzmarkt betrifft, muss man wahrscheinlich anders vorgehen. Parlament, Bundesrat und Firma sind für uns keine Partner, wir brauchen Partner, die Partner werden wir finden in den anderen Bereichen, wo man sich eben auch aufregt und sich engagieren will und ich möchte hier auch einen Punkt noch mitgeben, machen Sie nichts Falsches bei den alternativen Geldsystemen und bei den anderen Währungen, ich will da nicht Frau Kennedy vorgreifen, aber das ist gefährlich, die müssen wir als Bündnispartner versuchen anzusprechen und sie nicht von vornherein vertäuben, indem wir sagen, also irgendein anderes Zahlungsmittel als der Nationalbank Franken ist dann überhaupt nicht möglich. Die Nationalbank, da könnte man zuerst meinen, ja die haben uns ja eigentlich auch geholfen, der Hildebrand hat ja sehr kritisch eigentlich die Bankenpolitik und die Grossbanken da kommentiert, darum ist der wahrscheinlich auch weggeputzt worden, aber wenn man genauer hinschaut, dann ist die Nationalbank ein zentraler Pläder des Bankensystems dürfen wir nicht vergessen, also die Nationalbank steuert zum Beispiel die Kaufkraft des Frankens und die Aussenwährung über drei Instrumente, über den Libor-Satz, über Schweizerische Nationalbank Bills und über Devisenswaps und für diese Tätigkeit ist sie auf die Bankwelt angegessen, ohne die Banken kann sie das gar nicht machen. Von dort her wird sie sich hüten, zu sagen, ja, wir stimmen jetzt hier eine Geschichte bei, die uns zwar stärkt, aber die unsere Partner schwächt. Das Einzige, was wir darauf hoffen könnten, wäre, wenn von außen eine andere Situation kommt. Also wenn Frau Zaki mit ihrem neuen Buch Dollar Dämmerung recht hat und 2013 eine noch viel grössere Dollar Katastrophe ausbricht, als wir heute die Euro Katastrophe haben, dann ist dann vielleicht plötzlich ein solcher Gedanke wieder aktuell und dann könnte man das aufgreifen und dort muss man eben auch aufpassen, dass wir die internationale Anschlussfähigkeit behalten. Ich danke Ihnen. Applaus 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 Applaus